So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine kleine Infofolge zu Pokémon GO. Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet, die ich alle demnächst irgendwie raushauen muss, dafür brauche ich aber Zeit und Lücken. Ich habe heute gedacht, ich habe eine Lücke. Nein, denn jetzt wurden die Raids fürs GO-Fest angekündigt. Denn wir haben schon ein großes Infovideo über das GO-Fest gemacht, über die Städte, über das Globale. Ich habe ja gesagt, global, wir werden dann in Gera wieder unterwegs sein mit Thomas, Schenaya und so weiter. Wer da kommen möchte, kann da gerne mitmachen. Die Raids standen bisher aber noch nicht fest. Jetzt wurden die Raids angekündigt und ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, ich werde keine Münzen mehr ausgeben für Item, Platz oder Pokémon Box. Ich werde alle Münzen, die ich jeden Tag 50 Stück durch die Arenen bekomme, jetzt sammeln und mir dann extra für das GO-Fest einfach noch ein paar Raid-Pässe zulegen. Ich werde alle grünen Pässe, die ich bis dahin bekomme, sammeln aus irgendwelchen Forschungen, aus irgendwelchen Tickets. Denn als wir zur Sino-Tour in Gera waren, da konnten wir eine richtig tolle, schöne Raid-Tour machen, Samstag, Sonntag mit Thomas und dem Rest. Und jetzt für das GO-Fest möchte ich auch wieder dieses Feeling haben. Das mit den Shinies, mit den Fang, mit den Forschungen, das machst du alles nebenbei. Hast ja das GO++ auch wieder am Start dann. Aber ich möchte auf jeden Fall beim GO-Fest raiden. Denn raiden zusammen in einer Gruppe mit Freunden, das macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt sind so viele Raid-Monster bekannt und was komplett Neues. Und ich kenne mich absolut nicht aus. Es hat auch einen komischen Namen, aber ich habe jetzt Bock. Ich möchte Raid-Pässe jetzt sammeln. Ich werde ja kein Geld aufladen auf den Account. Der Habanero-Lime ist ja free to play. Ich mache dann einfach nur, was mir andere geben und so. Wenn mal ein CD-Ticket kommt, ich werde nichts aufladen. Ich spiele dann nur mit den freien Coins. Das heißt, ich werde alle Coins sammeln bis zum GO-Fest. Und dann gucken, ob es eine gute Raid-Box gibt. Mit Pässen drin und mir die holen. Achtung! Anomalie aus der Ultradimension erkannt. Ne Krozma erscheint. Was ist das für ein Name? Ne Krozma? Nee. Lieber mal kotzen, lieber mal rotzen. Das ist wie eine Mischung aus Rotzen und Kotzen. Und deswegen Krozen. Kennt ihr das? Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt zwischen Kotzen und Rotzen, nehmt ihr Krozen und würfelt das zusammen. Aber irgendwie kommt das ja bestimmt von Krozma, von Kristall, von... Das ist auf jeden Fall was Leuchtendes. Das sieht hier sehr düster, gespenstisch aus. Das erinnert mich eigentlich wie an ein Dialga. Nur halt irgendwie doch anders. Jetzt steht hier bei diesem Artikel aber nichts weiter dabei. Aber wir haben hier auf vollständiger Bericht geklickt, wurden dann zum GoFest zur Seite weitergeleitet. Hier wühlst du dich durch die drei Städte Sendai, Japan, Madrid, Spanien, New York City, USA, aber hast unten auch natürlich Global Hall. Und wenn du bei Weltweit auf mehr erfahren drückst, dann kommst du sogar auf die globale Seite vom GoFest. Darüber, wie gesagt, haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Neu ist jetzt, dass das hier mit dabei steht, ne Krozma gibt sein globales Pokémon Go-Debüt in Raidkämpfen. Das Prisma-Pokémon, Krozma, Prisma, Nekro, ein totes Prisma. Ein Prisma-Pokémon wird sein weltweites Debüt in Raidkämpfen während des GoFaces global geben. Hier kann man auch nochmal nach rechts drücken. Dann sieht man auch schon, jetzt wurde auch das Design der diesjährigen T-Shirts bekannt gegeben. Also ihr werdet, wenn ihr euch ein T-Shirt zum GoFace24 kaufen wollt, so einen lilanen Humpen bekommen, den ihr vorab bestellen könnt. Pupsi hat auch schon gesagt, warum lila? Sie findet das Symbol eigentlich ganz cool, das Logo, aber lila? Nein, möchte sie nicht, keine Ahnung. Für euren Avatar im Spiel könnt ihr über den Webstore irgendwie dieses Graue erhalten, nicht in lila, sondern in Grau für euren Avatar im Spiel. Ihr selber könnt das aber als richtiges T-Shirt zum Anziehen bestellen. Und es gibt wohl auch eine schwarze Variante, die man vor Ort am Merchandise-Stand kaufen, erwerben kann. Also bei den Vor-Ort-Events. Wenn ihr jetzt in Spanien seid und geht an den Merchandise-Stand, da könnt ihr das in schwarz. Und das sieht natürlich am besten aus. Ich bin nicht in Spanien, ich bin nicht in sonst wo. Ich bin zu Hause. In Gera, weil ich wohne ja in Gera und so. Nee. Ich muss aber sagen, ich würde mir sowieso kein T-Shirt vom GoFest mehr kaufen. Pupsi hat letztes Jahr extra das T-Shirt vom GoFest gekauft. Das war ja eher wie so ein Weinrot, wo dann das Mega-Rei-Quasa drauf mit abgebildet war, rund in dem Ball. Ich habe das T-Shirt einmal angezogen. Und während ich das einmal anhatte, hatte sich hier unten am Bund die komplette Naht einmal komplett drumherum abgelöst. Du konntest gar nicht gucken, wie schnell das auf einmal weggehangen hat und sich so schnell aufgetrennt hat, dass das einfach für mich keine Qualität war. Das T-Shirt an sich war sowieso recht dünn und schlapprig. Und dann ist da einfach die ganze Naht, hat einfach weggehangen. Immer ging es, du hast da einen Faden, du hast da einen Faden. Und dann war das ganze T-Shirt unten auf. Das war total bescheuert. Also ich würde mir auf jeden Fall kein GoFest-T-Shirt mehr holen. So. Was haben wir hier noch? Aber neu. Ja, Krönchen im Spielchen. Okay. Und dann hier, das wisst ihr ja eh schon. Mache Chateau wird ja in der Spezialforschung kommen. Miniras dann neu als Shiny da. Die Spawns haben wir uns alle schon mal angeguckt. Wir wollen jetzt wirklich nur nochmal auf die Raid-Kämpfe schauen. Denn in Stufe 1 Raids wird es Pikachu mit Mondkrone, Pikachu mit Sonnenkrone geben und Miniras. Pikachu ist für mich komplett uninteressant. Miniras auch uninteressant. Alles egal. Raids der Stufe 3. Habt ihr dann Psyjaner mit Tagesschal und Nachthara mit Nachtschal? Schal für die Shiny-Sammler richtig genial. Kann ja alles Shiny sein. Wunderbar. Für mich wieder komplett uninteressant. Ihr merkt den Unterschied. Bei Main wären genau das meine Ziele gewesen. Beim Habanero-Lime ist das alles uninteressant. Wir machen das Nötigste und das, was am meisten Spaß macht. Kein Stress mit ich muss, ich muss, ich muss. Sondern sich konzentrieren auf die Fünfer-Raid-Kämpfe zum Beispiel. Hier bin ich ein bisschen verwirrt. Denn ich hab geguckt, in der japanischen Stadt ist natürlich hier Voltriant angegeben. In der deutschen Stadt, ach in Madrid, also in der europäischen, ist Chabelle angegeben. In Amerika ist wieder mal Mosquito angegeben. Aber irgendwie haben alle auch Schlinking dabei. Anego dabei. Und Katagami dabei. Karguron ist nirgendwo dabei bei den Vor-Ort-Events, aber beim weltweiten. Karguron haben wir natürlich, also Karguron und Katagami haben wir jetzt ja auch die ganze Zeit gehabt. Katagami habe ich etliches geratet. Okay, was interessiert mich denn aber von den Sachen, die jetzt hier drin stehen? Gehen wir mal von vorne an. Anego gab es ja schon länger als Shiny. Ist auf jeden Fall der beste Giftangreifer im Spiel. Sage ich einfach mal so, wenn es nicht stimmt, dann korrigiert mich. Ist schon länger als Shiny dabei. Ist nützlich, ist stark, ist irgendwie cool, ist interessant, tolles Design, hat Spaß gemacht. Wäre für mich jetzt aber nicht so interessant. Mosquito. Sieht aus wie ein Wrestler. Ist für die GBL interessant. Ansonsten jetzt nicht so krass. Aber das erste Mal als Shiny verfügbar wäre was, was mich interessieren würde. Mosquito Rates zu machen. Vor allem, weil ich ja sowieso den Pokédex-Eintrag, glaube ich, noch brauche. Mosquito einfach, Mosquito ist, ich habe immer gesagt, wenn Mosquito als Shiny eingeführt wird, ich werde so viele Rates machen, bis ich das Hunderter bekomme. Hat sich jetzt erledigt. Aber Mosquito interessant. Chabelle. Interessiert mich eigentlich am wenigsten von allen. Voltriant. Und richtig guter Elektroangreifer. Richtig stark, richtig nützlich. Auch das erste Mal dann als Shiny da verfügbar. Und das ist auf jeden Fall cool, ja. Also Chabelle wahrscheinlich auch das erste Mal als Shiny, wenn ich mich jetzt nicht irre. Voltria. Aber man hat ja genügend Elektroalternativen. Vielleicht auch, wenn du Sackrom hast. Wenn du irgendwelche Krypto-Legis hast. Krypto-andere Sachen. Elevoltech oder so. Finde ich cool. Kryptoreiku. Finde ich cool. Es muss nicht unbedingt Voltriant sein. Da würde mir das rein vom Design her Mosquito sogar noch besser gefallen, weil das irgendwie noch diesen Wrestler-Hintergrund hat. Kargoron. Nicht so interessant. Katagami. Ja, den kriegt man auch oft genug einfach hier. Schlinking. Wurde damals mal Shiny eingeführt. Habe ich auch schon Shiny bekommen. Ist ja jetzt auch nicht so nützlich. Außer GPL vielleicht. Und dann habt ihr das kotzende, rotzende, ne, kotzende. Necrozma. Da kenne ich mich gar nicht aus. Was ist das für ein Typ? Ist das ein Prisma-Pokémon? Okay. Ist das stark? Ist das nützlich? GPL? Raid-mäßig? Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich glaube, der Hauptaugenmerk der Leute wird beim Go-Fest wohl auf Necrozma liegen. Ich würde meine Raid-Pesse für Necrozma und Mosquito in erster Linie auf jeden Fall ausgeben. Mosquito? Ja, weil es einfach so cool ist, weil ich das Design nice finde. Necrozma, weil es schwarz und komisch und neu ist. Das ist mein Ziel. Das ist mein... Ich werde jetzt sparen. Wie gesagt, ich setze mich jeden Tag in eine Arena. Ich kriege eigentlich jeden Tag meine 50 Münzen. Alle vier Tage habe ich mir dann für 200 Coins den Item-Platz erweitert um 50 Plätze. Oder eben die Pokémon-Box erweitert um 50 Plätze. Aber ich möchte eh so wenig Pokémon wie möglich immer mit mir rumschleppen. Mich dann eher auf Kryptos fixieren, statt auf alles andere. Ein Sechser-Team von irgendeinem zusammengestellt, alles andere weggehauen. Das heißt, ich habe genügend Platz eigentlich. Items habe ich eigentlich auch immer mal genügend. Ich muss nur öfters mal was anwenden oder wegschmeißen oder darf halt nicht so viel horten. Ich möchte bis zum Go-Fest jetzt meine Raid-Pesse sammeln, mir Münzen ansparen, dann investieren in Necrozma, in Mosquito. Interessant wäre es. Was interessiert Thomas denn von diesen Raids? Weil mit Thomas wird man ja unterwegs sein und raiden. Was interessiert denn Genaya? Weil mit der wird man ja unterwegs sein und raiden. Ich kann mir vorstellen, dass Silvio vielleicht auch wieder dabei ist. Was interessiert ihn? Was interessiert Eden vielleicht? Was interessiert vielleicht einen? Ich habe keine Ahnung, wer noch kommt. Wer auf jeden Fall da noch kommen will, der noch Bock hat oder sonst was, denkt dran, wir werden das weltweite Go-Fest in Gera spielen. Kommen Freitag hinfahren, Sonntag dann zurück. Wir werden sicherlich viel raiden. Ich werde sicherlich an beiden Tagen streamen. Also, was sind eure Favoriten oder die, die nicht in Gera sind? Was interessiert euch von diesen Fünfern am meisten? Was werdet ihr raiden? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und das kotzende, rotzende Nekrotzmer wird ja sowieso direkt auch als shiny eingeführt. Also, warum nicht? Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Forhaut, euer Ramses. Soon.